Willkommen zurück im Wäldchen Das Wäldchen Herzlich willkommen, äh, welches Wäldchen? Ja, Sephoraist Du stehst in keinem Wäldchen, achso Sephoraist, das, der Wald, das Wäldchen Achso, der, achso Du bist doof Das ist eine scheiß Farbe, mag eine andere Farbe Ich muss was essen Ähm, genau Der liebe Concord, der kümmert sich jetzt um die Hasen Ja, wie die letzte Folge auch schon Ich hab dann Wasser wieder Hä? Ja, genau, ich verdurste Ih, ich muss was trinken Der ist natürlich leer Du hast doch bestimmt noch Soda-Dinge und so Ja, Soda hab ich noch Trink Ja, vielleicht müssen wir echt jetzt mal ein bisschen googeln Wie das denn ausschaut bei den Hasen Ob man die jetzt wirklich fortpflanzen kann Oder wozu das überhaupt gut ist, dieser Rapid City-Page Ich hab mal geguckt bei Sephoraist-Wiki und den ganzen Kack, ne? Ja Aber das wird nicht aktualisiert Die sind noch bei der Version 0.09 oder so ne Scheiß Aha Die kommen, ich weiß nicht Bin mir da nicht so ganz sicher Hase Du bist tot Ich hab natürlich kein Speer, das ist Wo muss der Hasen? Wird das grad Nacht oder wird's wieder hell? Ich, ich Ich, es wird grad Nacht, glaub ich Ich hab's irgendwie vergessen, wenn wir aufgöttern Deswegen geh ich jetzt auch nicht Ja, es ist, glaub ich, dunkel, ja Ja, komm, dann können wir eigentlich direkt schlafen Ach, warum hab ich jetzt gegessen, Mann Ja, es wird richtig dunkel, holy Aber das find ich lustig Das ist wie so ne, äh, äh, Lampe jetzt angegangen Ja, ich weiß nicht, ich hab's gesehen Ich mach hier mal zu Was woll' ich machen? Ah, genau, jetzt Ich weiß, was ich machen wollte Wir waren, glaub ich, schon die letzte Nacht komplett wach Ne, da können wir jetzt eigentlich uns mal wieder ein bisschen schlafen legen Ginnrack Na gut, aber das passt hier, glaub ich, nicht mal rein Das muss ich draußen bauen Denk ich mal Weil es ist ziemlich groß Echt, wie groß ist denn das? Warte, ich bausche mal schon hin Alter, das ist so lang Ist ja schon Ah, das müssen wir hier bauen Das geht nicht auf unser Schiff Äh, genau, er will das bauen Jetzt haben wir gar nicht gesagt Hey, von was reden die denken Und die wahrscheinlich Äh, Skinrack Wir wollen da jetzt mal Äh, weil wir Planen Ein bisschen einen Vorrat anzulegen Mit, äh, Häuten Vor allem Hasenfell Die haben wir immer im Inventar Und Da, ich hab Fünf Lizard-Skins Soll ich das einfach neben die Turtle-Shills dahin tun? Was aufhänge? Du könntest das auch einfach Hier passt das nicht rein, oder? Hier, hier so entlang Ach so, im Moment Ja gut, stimmt Da hier könnte ich auch noch Ach, dieses blöde Tränen Das geht noch nicht so mit Feiernstellung hier Ne, ich mag das Mit Träfchen und Ach, verdammte Ach, scheiß drauf Ja, genau, ist doch perfekt Wunderbar Ach, scheiß, ich hab nur einen Stick Ja, ich auch Ähm, wollen wir die benutzen, oder? Ne, ne, ne Das ist nur für Notfälle, glaub ich mal Ja, aber jetzt kommen wir Die ganzen Steine sind wieder gespawnt hier drin Wir können auch ein Arrow-Basket machen Für Pfeile, irgendwann mal Ja, das ist aber Und Armour-Wack Komm, wir gehen schlafen Komm, wir gehen schlafen Ich glaub, das Armour-Ding können wir aber auch innen drin hinbauen Weil das ist dann echt für Notfälle, sag ich mal, glaub ich Ich will schlafen Passt das hier so hin? Was machst du? Tret ich mal Ah, alter Wird schon passen Warte, ich speichere noch schnell Man kann ja nie wissen Ganz schön ruhig, die Nacht So, ja, die haben schon geschrien bei mir Bei mir war nicht So, ich muss jetzt erstmal was essen Oder was hab ich denn noch? So ganz kleines Fleisch Ja, hab ich Alter, geil wäre, wenn man das aus Knochen baust Bauen könnte oder so eine Leiche hinhängen oder so Den der Rüstung anziehen Ey, bist du, bist du jetzt nicht angegangen, scheißfeuer? Weil du kacke bist So, ich komm mal nach uns ein Häschen Ich nehm mal ne schöne Weapon So, bevor, das ist echt fast Was ist? Das sieht man teilweise nicht Ich frag mich echt Wozu man solche eingeborene Leben fangen kann Ob das einen Sinn hat Später oder so Dass man die vielleicht als Geisel nehmen kann Oder so Ich glaub nicht Glaub ich auch nicht Die hauen sich ja Gegen solche Köpfe ein Ich glaub die haben kein Mitleid mit anderen Ich weiß nicht Die kloppen sich wahrscheinlich Um das Stück Menschenfleiß Wieso ist denn da kein Wasser drin, meine Friseur? Da ist kein Hasen drin Beim Topf ist natürlich auch kein Wasser drin Auch nicht ausgelöst Ist auch nicht ausgelöst Ach, leckt's mich doch Wie viel Hasendinger muss man eigentlich noch bauen? Mann, mir juckt's echt in den Fingern Echt mal selber in die Falle da rein zu laufen Ob ich dann rumbaumel Ey, ich hab jetzt Eins, zwei, fünf Dinge Hab ich jetzt gebaut Das ist keine einzige ausgelöst Das kann's doch nicht sein Jetzt mal Ohne Witz Zack Stirb Glissart Siehste? Zack, genau das meine ich Ich kann dieses Scheißfell nicht mehr mitnehmen Was ist das für eine Kacke? Ich hab's Hase, bleib da Bleib da Bleib da, du scheiß Ding So, wir schauen Du kriegst ihn Ja Du kannst nicht hinkommen Scheiß, ich hab gleich keine Ausdauer mehr Bleib da, du Hase Scheiß, ich komm nicht mit Keine Ausdauer mehr Da ist ein Hase Oh, da sind drei Hase Alter, vier Hase Du willst mich doch Und ich hab eine erwischt Jawoll Sehr gut Richtig geil Aber er ist halt tot Ne, das ist So Der hat mich Der Hase hat mich verarscht Aber weißt du Hier sind einfach vier Hasen Aber keine Keine rennt in meine Scheißfalle rein Ist das ein Witz Echt So, dann baue ich genau Hier auch noch eine Falle Jetzt wo die vier Hasen waren Das kann's doch nicht sein Jetzt drehen wir die ganze Kacke mal So So, die schnauze voll mit den Hasen Das ist echt Oh, jetzt schreien sie da schon wieder In der Himmelgrund So, scheiß Blut abwaschen Alter, jetzt hören die gar nicht mehr aufzuschreiben Das gibt's doch nicht Was ist eigentlich das da? Ich glaube ich hab einen Speer gefunden Ich hab grad echt einen Speer gefunden Also irgendwie Entweder hab ich den mal abgeworfen Glaube ich eher Dass das der Fall ist Schon, oder? Ah Alter, jetzt reicht's langsam wieder mit dem Geschreie Alter Ich glaub Ich glaub die versuchen mir grad Schrecken einzujagen Damit ich aus dem Wald rausgehe Ja, das hört echt nicht mehr auf Der schreit immer noch So Jetzt hat er aufgehört Da haben wir jetzt eine Falle Dann Da haben wir jetzt eine Falle Ist die ausgelöst? Oh, die ist ausgelöst Bitte ist was drin? Natürlich wie immer Ist nichts drin Es ist doch nicht dein Ernst Die zwei sind nicht Die lösen echt nie aus Das ist Weiß ich nicht Vielleicht schrecken die Totems Die teilweise ab Kann das sein? Weil das dort in der Nähe Sind immer Totems Ja, wieso sollten die sich dann Vor den eigenen Totems erschrecken Nicht die Ich mein Die Hasen Achso Aber die denken Dass es Menschen sind Oder so Weißt du So wie viele Heuschrecke Oder keine Ahnung Weiß ich doch nicht Ich will doch nur Eben Grundbaum Die nicht in meine Falle laufen Weil die sind so viele Toten Gerade ist es nicht mehr normal Ich überleg halt gerade Ob man da vielleicht Irgendwie Irgendwas reinlegen muss Um die anzulocken Oder so Weil Wüsste ich nicht Ach Gott Zack Ich dass man da Irgendwelche Bären Oder sowas Reinführen müsste Ach du scheiße Ich sehe scheiße aus Ach da Die eine Mauer Die so schräg ist Jetzt Sieht so dämlich aus Ja Ich kann aber Weil die Speere Ist auch so schräg dran Es wäre echt einfacher Wenn man nicht Die ganze Zeit B drücken müsste Um das Buch Wieder aufzumachen Sondern einfach Irgendwie eine andere Taste drücken Können Um das gleiche Nochmal Hohle Zu Ja Hohle Das wäre Stimmt Weil ich musste Jetzt die ganze Zeit B drücken Und das Ding Wieder nehmen Das nervt Jetzt pass auf Gehst du da hin Ich habe jetzt Sechs Fallen Da hingestellt Ne Und Wehe Es ist später Keine einzige Ausgelöst Da kriege ich dann Wirklich Es kurz Alter Du Spinnst Doch Hallo Wenn wir bis zu viel Zeit Haben Dann ist es doch Ganz praktisch So Hallo Die pass Dixter 300 100 Ich wollte gerade sagen Ich baue noch Eine molotow Cocktail Also so eine Molotow Stolpermine Aber das machen wir Nachdem wir dort Fertig sind Okay Gut Da muss ich glaube Jetzt nichts hin Bauen Aber dort Die Die wall Wo du gemeint hast Das sieht kacke aus Ich habe es echt probiert Ich habe es wirklich Ewig lang probiert Es ging zum verrecken nicht Ja ist erwischt 417 Steine 351 Sticks Jawohl Oh mein Gott Voll die Ordnung Ich liebe mich Ja ich habe immer so ein Ordnungstrang Dass alles so bei mir Ich auch Wenn du auch den Regal Reingeguckt hast Ich habe das richtig nach Regal Für Regal Weißt du wie ein Regal So da Das andere Ja das finde ich auch wichtig Die anderen Hauen da einfach nur alles rein Ich versuche mal das Ding zu bauen Ach der ist schon fertig Hast du gut gemacht Ich weiß Ist da ganz rechts Ist das Hasenfälle oder was Ja Ah ok Was ich vorhin Durch Zufall einmal erwischt habe Scheiße Ähm Jetzt habe ich mich ein bisschen verschanzt Jetzt müssen wir hier gucken Die sind auch nicht ausgelöst Jetzt gehen wir da runter Ich habe jetzt voll meine Route Immer Wie ich nachgucke Ob die ausgelöst sind Der hat auch nicht ausgelöst Dann gehen wir direkt da hoch Der hat auch nicht ausgelöst Da läuft ein Lizard So Der ich nehme mal mit Irgendwo muss hier noch ein Lizard Umlegen Lizard Skin Aber den finde ich glaube ich nicht mehr So Ähm Wo war Der hat ausgelöst Und da unten beim See irgendwo Hier noch Und der hat auch nicht ausgelöst Die blöden Pimmel Alter Nichts löst hier aus Da kommt einer auf die Auf unsere Wall zu Er ist fast durch eine Falle gelaufen Er rennt irgendwie Äh da kommen noch andere Ja ich sehe es Eins zwei Drei Da hinten läuft auch noch einer Komm her Komm her Komm her Komm her Alles halbisch mit einem scheiß Stein in die Hand Jawoll Richtig nice Hey der schreit ja gar nicht so wie die Frau Sollen wir den direkt töten? Weiß halt nicht irgendwie Ganz lustig man kriegt keinen Schaden wenn man da hingeht Echt? Was? Kann man denn hier irgendwo was drücken? Irgendwas aktivieren nochmal? Ja weil das sind noch welche ne? Ich wollte nur sagen So im Hintergrund Ich hätte ihn halt gerne da ba... Oh Ich hätte ihn gerne mal so baumeln lassen Aufpassen gegen den anderen müssen wir da Nicht dass sie ihn noch befreien Also der eine ist tot Wieso haben die eigentlich so kummel? Nein weiß nicht Ich trage den einmal rein Ich würde ihn gerne ein bisschen baumeln lassen um ihm zu wissen was denn passiert Ja wahrscheinlich Ob wenn der dann irgendwann mal tot ist ob man dann mal... Ach ist er schon tot jetzt oder was? Ja keine Ahnung Achso ne der lebt noch So So dann essen wir noch was Jetzt essen wir noch Ah ein Glissart habe ich noch Glissart, 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 Glissart Jawohl da So Dann esse ich noch was Ja nochmal so Gut beim Fleisch habe ich jetzt keine Ordnung weil das relativ schwer ist dort äh immer aufzuhängen Das ist ziemlich da drücke ich immer nur C wie so ein Deppert und bewege die ganze meine Maus hin und her Wieso habe ich ein Bein wieder im Inventar? Ich hasse sowas Zwei Beine Das kann es doch nicht sein ganz ehrlich So mampf mampf So ich bin wieder voll So ein Stück Fleisch habe ich noch Kleines Stück Fleisch habe ich noch Ja ich soll vielleicht auch mal was essen Toll Zwei Stickle Sticks Es bräuchte was zu saufen Es sollte wieder mal regnen ganz ehrlich Ja wäre nicht schlecht Ach hast du die ganzen Knochen schon in die Kiste getan? Sehr schön Ja Alter wir errichten grad voll das Lager hier Wir haben schon Knochen im Vorrat Sowas gibt es Auch nicht häufig Ja Meine Rüstung ist komplett voll Na gut so ein ganz kleines Fitzel fehlt aber Der Mario ist nicht eine ganze Rüstung dafür verschwinden Er hängt immer noch da Ich denke ich wieder irgendwie so Der Topf ist wieder auf dem Lager drauf Ich ziehe nochmal einen Snack Schade Stein Nö So Wollen wir eigentlich mal so einen Baumharz-Sammler bauen? Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal Es gibt es einen Baumharz-Sammler? Ja Warte ich baust du einen Teil mal dabei und zusammen Das Teich da Aber ich würde vielleicht ein paar Bäume beim Teich noch ein bisschen stehen lassen Und das vielleicht ein bisschen ötelter schauen Wie baust du einen Baumharz-Sammler am Teich? Ja halt an einem Baum beim Teich Dass man halt ungefähr wissen würde Ja wieso magst du den hier bauen? Warum nicht in unserer Basis? Weil da kein Baum steht Muss man ja einen Baum errichten oder wie? Ja Baumharz Wie magst du denn sonst herkriegen? Baumharz kriegst du ja indem du Bäume fällst Ja Dann hast du Baumharz im Inventar Genau Und man kann in so einen Topf so ein Teil bauen Und das denkt man wahrscheinlich an so einen Baum dran Und ja Ich dachte eher das ist so ein Ding wo du an deinem Baum mal Zeit tun kannst Depp-Kollektor Ne das tut man an einen Baum dran Ach Gott sei Dank Dann rühre ich das einfach mal hier so Ich seh immer überall Hasen aber kein Hase rennt in meine scheiß Falle Das kann's doch nicht sein Was? Wieso jetzt Wieso hast du jetzt den da? Genau Naja wuscht Was braucht denn jetzt alles ein Topf? Teil Genau so den einen Topf hole ich mir jetzt unten wieder Schön dass immer wieder spawnt ne der Topf Ja Da Schön dass da ein Stick liegt Da ist wieder nichts ausgelöst Hä? Achso Ich krieg noch so einen Hass ganz ehrlich Jetzt baue ich schon sechs solche scheiß Hasen Dinger Und trotzdem sind überall die Hasen Aber nicht nie in der Falle Es ist zu moin Ach hier hab ich auch noch eins Ups Oh Wenn man vom Teufel spricht Ich wusste gar nicht dass ich da hab ich schon sieben gebaut Ich hab ich doch da vergessen dass ich da hinten auch noch eins hab Ich bin mal gespannt ob das jetzt funktioniert Was? Ist wieder ein Totem Ist wieder ein Totem Das kann doch nicht sein Wie schnell dann Wie schnell dann Wie schnell bauen die so ein Totem? Hä? Hm Ich glaub ich versteh den noch nicht so ganz Hm 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 Weil wie ist so soll der denn da jetzt Baumharz reintopfen Naja Ich glaub das das einfach nur so ein Ding ist wo wir unser Baumharz reintun Kannst du da ein Baumharz reintun? Nein kann ich nicht ich kann da nichts machen Okay Ja ich warte jetzt einfach mal ab Uh jetzt haben wir schon 4 Karnickel in unserem Käfig Jaii Jaii Es passiert rein gar nichts Nein Kann man den jetzt töten oder Wie schon was da raus Wie schon was da raus Wie schon was da raus Wahrscheinlich Wie hinten der jetzt Du musst die Falle nochmal auswärts Ich kanns auch machen Okay Jetzt wird durstig schon wieder alter Das kanns doch nicht sein ey Wieso das euch noch saufen Hm 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 Oh Okay also du wirst nicht aufgehangen wenn du durch rennst ne Okay Äh Sie wird nur aktiviert Und du Und du läufst halt durch ne Achso okay Ja vielleicht ist das Baumharz Ding das Vielleicht tropft der einfach Baumharz von Von den Blättern Orbi oder so Keine Ahnung Ich weiß das echt nicht Ach und übrigens Äh wir müssen glaube ich Schluss machen für die Folge Ja genau Das wollte ich auch sagen von Habe ich doch glatt vergessen Schrei nicht so Ist ja in Ordnung Ja meine Güte Ich hole noch paar Sticks damit ich mich voll mach Zack 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 Oh Zwei Hasen habe ich die Folge bekommen Das ist gar nicht mal so schlecht Immer in etwas ja So okay Dann komme ich wieder nach Hause Aber ich mich in das Glaubst du wirklich wächst wieder ein Wald Weil wenn man sich das so anschaut Manche die man echt in Ruhe gelassen hat Die sind langsam echt groß ne Zum Beispiel Dester Ja die Großen lassen wir jetzt einfach mal stehen Und dann sehen wir es ja Machen wir hier wieder zu So hallo Dann haben wir da noch Paars Aber ich wäre dafür dass wir einfach Knochenrüstung dann dranhauen oder Ja ja klar Schon Ja Gut So jetzt habe ich meine Sticks äh Hinten Ähm Du weißt schon Ja okay Ähm Gut dann Scheiß Steine schon wieder im Haus Ja die Steine Ich habe hier auch noch einen Stein verdammt Die kleinen Steine können sie echt jetzt raushauen Das braucht man noch nicht Scheiß halt Na gut dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen Dann bis zur nächsten Folge Ciao Bis zur nächsten Folge Ja Junge Knochen Knochen